Heute ist wieder so ein richtig geiles Wetter und ich stehe jetzt gerade hier vor dieser Stange, wo ich genau das hier schon mal gemacht habe. Und weil ich nur 24 Stunden Zeit habe, um dieses Wetter hier zu genießen, werde ich heute so ein Mikrobenabenteuer machen. Das wird so richtig geil sein. Ich werde zum See hinlaufen. Ich bin die letzte Ziegenmilchsäurebakterie mit Schamhahn dran. Ich meine, hier sind ganz viele Mikroben, daher Mikrobenabenteuer. Und weil das so klein ist, guck mal, guck mal hier, da drüben sind ganz viele Kaninchen. Also da drüben, die hoppeln da so rum und so. Hier vorne ist so eine richtige Kaninchenplage. Man sieht sich das hier an allen Seiten, diese ganzen Kaninchen, die da rumhoppeln. So, ich bin jetzt gerade an meiner Stelle angekommen, hier an diesen Mikrobenabenteuerstelle. Genau hier habe ich schon mal gepennt, schon mehrmals gepennt, genau. Und genau hier an dieser Mikrobenstelle werde ich heute schon wieder pennen, als Mikrobenabenteuer. Genau, das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt hier mal einen Shelter aufbauen. So, ich habe gerade mal einen Shelter aufgebaut. Und genau da drin werde ich heute schlafen. Und genau, hier vorne ist mein Schlafplatz. Hier dieses schwarze ist mein Schlafsack und hier werde ich mich dann hinlegen. Und hier neben werde ich dann die ganzen anderen Sachen hin stapeln später. Also den Wagen und so. Damit ich Aufsicht mit Augen habe. Weil hier in diesem Gebiet, hier kommen ganz viele Touristen und sowas vorbei. Und für den Fall, falls hier irgend so ein, jemand mit idiotischen Hirn hier einkommen sollte und Scheißdinge machen möchte mit mir, dann kann er mich nicht heimlich bestehlen, sondern er muss mich unbedingt wach machen. Weil ich den Wagen und so weiter genau hinter mir hinstelle. Also da drüben. Ich werde jetzt meine Kopflampe, meine Hirnlampe ablegen. Genau, damit ich hier rumschlafen kann. Ungestört. Ich bin erwacht und die Übernachtung war entspannt. Wie immer, wie fast immer. Genau, das war voll cool gewesen, genau hier zu schlafen. Das ist ein richtig geiles Mikrobenabenteuer. Also so ein unspektakulärer Mikrobenabenteuer, genau. Mein Koffein ist fertig, weil das blubbert hier rum. Das ist geil. Deswegen ist jetzt mein Koffein fertig. Oder beziehungsweise ich muss das ein bisschen ziehen lassen und dann ist das fertig. Ja, draußen da, das war Lastbahngeräusche, genau. Von der Autobahn, glaube ich. Genau. Draußen da, genau, draußen da an der Tour Koffein zu saufen, das ist richtig geil. Ja, ich habe hier Entschuldigung für die Gesundheit. Guck mal, ich werde hier vorne dem Flugzeug belästigt. Der macht diese Störgeräusche. Diese Flugobjekte sind richtige Belästiger. So, ich bin schon wieder hier an dieser Stelle hier angekommen, wo ich schon mal das hier gemacht habe. Genau, das habe ich euch schon gezeigt, aber Hauptsache ich habe euch das nochmal gezeigt. Das ist die größte Hauptsache. Das ist die größte Hauptsache, das ist die größte Hauptsache.